Seit ihrer Erfindung hat die Fotografie Migrationsprozesse auf sehr vielschichtige Weise und auch aus verschiedenen Positionen dokumentiert. Wenn wir an die gegenwärtige Berichterstattung in den Medien über Migration denken, dann dominiert oft eine sehr einseitige Verwendung von Fotografien und auch eine sehr einseitige Repräsentation von Migrations- und Fluchtprozessen. Mein Name ist Vida Bakondi. Ich bin Historikerin und Kulturwissenschaftlerin und zeitweise auch als Kuratorin von Ausstellungen tätig. Derzeit arbeite ich am Institut zur Erforschung der Habsburger Monarchie und des Balkanraums, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Konkret an einem Projekt, das die fotografische Dokumentation der jugoslawischen Arbeitsmigration in Österreich der 70er und 80er Jahre untersucht. Am Beispiel eines Fotonachlasses eines jugoslawischen Fotografen mit Namen Jovan Rytopetschki. Vielleicht muss man dazu sagen, dass Jovan Rytopetschki ein aus Belgrad stammender Fotojournalist war, der bereits in Jugoslawien als Fotograf tätig war und dann 1966 aus privaten Gründen nach Österreich migriert und hier in Wien wieder als Fotograf zu arbeiten beginnt, zunächst bei der Wiener Bildagentur WOTA war und dann ab den 70er Jahren selbstständig. Er hat in den 70er und 80er Jahren die Lebenswelten von jugoslawischen Migrantinnen fotografiert, also ihre Arbeitsplätze, wie sie wohnen, Freizeitaktivitäten und ein ganz besonderer Schwerpunkt waren eben auch Vereinsfotografien. Er hat Fotografien von festen in jugoslawischen Clubs, von politischen Manifestationen oder von kulturellen Veranstaltungen getätigt und diese dann auch zum Verkauf angeboten. Und diese Fotos zirkulieren bis heute innerhalb der organisierten Vereinsstrukturen und werden auch zur Bebilderung dieser Geschichte verwendet. Und das Spannende war sozusagen beim Kennenlernen dieses Bestandes, dass er sehr wohl eine andere Sichtweise auf die Geschichte der jugoslawischen Arbeitsmigration nach Österreich eröffnet. Wir haben es hier mit einem Archiv eines Pressefotografen zu tun, das nach seinem Tod von seiner ältesten Tochter übernommen wurde. Also sie hat diesen ganzen gesamten fotografischen Bestand nicht nur gesichtet, sondern auch neu geordnet und dafür auch neue Archivboxen erworben. Und das heißt, das Material, mit dem ich jetzt arbeite, ist jetzt nicht das Originalarchiv des Fotografen, sondern da hat es bereits Eingriffe gegeben in diesen Bestand. Die Mehrzahl des Bestandes besteht aus Negativen, die in Fototaschen aufbewahrt sind. Diese sind original und auf diesen Fototaschen befinden sich Beschriftungen des Fotografen. Manchmal ist es auch nicht nur der Ort oder das Thema der Aufnahme, sondern es findet sich auch ein Datum, was natürlich die historische Kontextualisierung erleichtert. Aber was wir hier auch sehen, ist die Masse an Rohmaterial von einem Pressefotografen. Das heißt, darin befinden sich alle Bilder, auch diejenigen, die niemals veröffentlicht wurden. Am Beginn meiner Forschungen habe ich mich an das Sichten des Bestandes gemacht. Was heißt das in meinem Fall? Da geht es um rund 19.000 Negative und auch Publikationen, in denen die Bilder veröffentlicht wurden. Das heißt, Durchforsten von Zeitungen, Zeitschriften der 70er und 80er Jahre. Ich bin dann sozusagen den Bestand durchgegangen, die einzelnen Fototaschen und auf Basis dessen habe ich dann eine Auswahl getroffen, und die zunächst, also diese Negative auf einem Leuchttisch angeschaut und dann in einem nächsten Schritt digitalisiert. Parallel dazu habe ich dann immer auch schon versucht, eben die Gebrauchsgeschichte dieser Bildserien oder einzelnen Motive aus Bildserien zu recherchieren. Das heißt, ich habe Zeitungen gesichtet, Zeitschriften, die mir zur Verfügung stehen aus dem Nachlass des Fotografen, habe in seinem analogen Bestand recherchiert, um festzustellen, welche Fotos er verwendet hat oder welche Fotos publiziert wurden und auch in was für einem Zusammenhang. Also sozusagen auch mehr Informationen zur Geschichte hinter den Bildern recherchiert. Aber dieses Sichten und anschauen und wiederholte anschauen war durchaus eine wichtige Erfahrung im Forschungsprozess, weil ich da auch immer wieder auf spannende Details in einzelnen Aufnahmen gestoßen bin, die sozusagen zu weiteren Fragen geführt haben und zu weiteren Rechercheschritten auch. Also im Zuge meiner Auseinandersetzungen mit dieser Geschichte der Arbeitsmigration nach Österreich habe ich auch Bildarchive in Wien durchforstet und geschaut, was gibt es denn da für Bilder, die diese Geschichte sozusagen erzählen oder auch illustrieren. Und ich habe da festgestellt, dass es sozusagen nur einige wenige Bildmotive gibt, die übermittelt sind, beziehungsweise die dann auch in Zeitungsberichten, anlässlich von Jubiläen zum Beispiel, 50 Jahre Unterzeichnung des Anwerbeabkommens, verwendet werden. Und diese Bilder, die dann immer wieder verwendet werden in Ausstellungen, aber auch in medialen Berichten zum Thema, die zeigen eine sehr beschränkte Perspektive auf diese Geschichte der Arbeitsmigration. Also wir sehen sehr häufig Männer in Gruppen, die am Bau arbeiten oder die am Bahnhof ankommen. In Wien war es der Wiener Südbahnhof, das war so ein klassischer Ankunftsort. Häufig sind es also Menschen, die bei der Arbeit gezeigt werden oder eben als Gruppen im öffentlichen Raum und weniger individualisierte Darstellungen. Das war sozusagen für mich auch ein Beweggrund, mich auf andere, sozusagen auf die Suche nach anderen Quellen zu machen. Und mich interessiert sozusagen, wie seine soziale Positioniertheit als jugoslawischer Staatsbürger, der ebenfalls Migrationsbiografie hat, wie diese auch seine fotografische Herangehensweise geprägt hat. Zeigt sich das in den Bildern? Porträtiert der Jugoslawischer seine Landsleute anders als österreichische Pressefotografen? Eröffnet er dadurch auch neue Perspektiven auf diese jugoslawische Arbeitsmigration? Hat ihm sozusagen seine gesellschaftliche Position und auch seine Mitgliedschaft in jugoslawischen Vereinswesen auch andere Zugänge eröffnet? Das heißt, konnte er mehr sehen, konnte er, hatte er mehr Zugang zu bestimmten sozialen Räumen? Also Bildquellen stellen ja gemeinhin schon auch eine große Herausforderung für uns als Historikerinnen da. Einerseits versprechen sie, dass das sozusagen was zeigt, was wirklich gewesen ist, aber natürlich beeinflussen Faktoren wie die eingenommene Perspektive, der Bildausschnitt, der Zeitpunkt der Aufnahme oder auch die eingenommenen Posen, was dann letztlich am Bildträger sichtbar wird. Das heißt, Fotografien vermitteln durchaus einen Blick auf vergangene Ereignisse, aber auf vermittelte und gebrochene Weise. Besonders spannend wird dann für mich, wenn man sozusagen der Geschichte hinter den Bildern nachgeht und auch ihr soziales Leben recherchiert. Das heißt, wie sind die Fotos überhaupt entstanden? Also was war der Beweggrund, ein Ereignis zu fotografieren? Und wie wurden diese Fotos dann in weiterer Folge auch genutzt? Vom Fotografen, aber auch von anderen, wie zum Beispiel Zeitschrift, Zeitungen und Zeitschriften oder auch ganz besonders spannend natürlich von den Menschen selbst, die der Fotograf porträtiert hat, weil er erst durch diese Recherche der Nutzungs- und Gebrauchsgeschichte lässt sich rekonstruieren, welche Bedeutung den Fotografien zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt eigentlich zugekommen ist. Und es lässt sich da auch aufzeigen, dass sozusagen die Bedeutung von Fotografien nicht fixiert ist, sondern sich eben auch verändert, je nachdem, wie sie verwendet wurden und je nachdem, in welchem Kontext sie erschienen sind. Das heißt, ob ein Foto dann in einer Zeitung zur Bebilderung zum Beispiel von schlechten, miserablen Wohnverhältnissen verwendet wird oder ob es als Erinnerungssouvenir an die erste Wohnung in Wien in einer privaten Wohnung hängt. Also diese beiden Gebrauchsweisen erzeugen einfach ganz andere auch Bedeutungen und Lesarten der Quelle. Also die Recherche nach den Geschichten hinter den Bildern oder nach dem sozialen Leben der Bilder, die hat auch zum Ziel, die Menschen, die da porträtiert werden, aus dieser anonymisierten Position herauszuholen und eben auch ein Stück weit ihnen auch ihre sozusagen eine Biografie zu geben oder auch eine Lebensgeschichte. Also Ziel meiner Auseinandersetzungen mit diesem historischen Bestand ist es, nicht nur eben neue Quellen zur Geschichte der Arbeitsmigration nicht nur zu untersuchen, sondern auch einer breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen und damit auch eben marginalisierte Geschichten auch öffentlich zu machen, aber vor allem auch neue Bilder zur Verfügung zu stellen. Das heißt, neue Bilder, die diese Geschichte auch erzählen können. Letztlich sollen damit dann auch tradierte Sehgewohnheiten durchbrochen werden, wie Arbeitsmigration eben auch öffentlich wahrgenommen wird.